Und da ist gerade irgendwie Fraps nicht abgeschmiert, aber hat einfach kurz die Aufnahme abgebrochen, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. In der Aufnahme hört man es, glaube ich, dass ich irgendwie verwirrt bin, also auf einmal was zu sagen. Auf jeden Fall war es sehr komisch. Ja, aber schnell gesagt. Äh, aber ich lasse mich davon jetzt nicht zutäuschen. Ähm, und... ...ungestränken. Oh, meine Hände sind blau. Uh. Oh, okay. Ähm, ja. Jetzt wäre es noch ein Vorteil, wenn man nicht zu weit springt. Oh, scheiße. Nein, so schaffe ich das doch nicht, oder? Hä? Oh, geil. Ah, geil, ich bin... Oh. Oh. Ja, okay. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie ich es geschafft habe, auf jeden Fall bin ich oben. Hm. Ich bin verwirrt. Gerade bräuchte ich die Aufnahme ab, dann... Und die... Äh, jetzt soll ich die Kugel... Achso, okay, das ist nicht so schwer. Hä? Oh, okay, die Kugel sehe ich wenigstens. So. So. Ah, doch, ich sehe sie. Ah, okay. Dann fließe ich das raus. Also, ich will jetzt die Kugel da hinbekommen, aber dann nimmt die da viel zu weit. So. Hm, perfekt. Und schon ist es dann. Ich muss ein bisschen mehr sagen, was ich... Ich muss ein bisschen mehr labern, was ich sage. Ähm, ja. So. Ich muss ein bisschen mehr abgeben. So. 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 So, so. So, so. So. Ich weiß nicht, ob wir das Rote kriegen. Ganz easy. Wenn ich nicht so dumm wäre, ob ich das Ding da... Hm, das Gelbe blockiert da jetzt. Das ist eigentlich fast das gleiche wie vorhin. Aber das ist eigentlich... Ich hab gedacht, wenn das Spiel jetzt die ganze Zeit so weitergeht, wird das nach einer Zeit langweilig. Aber das finde ich echt gut. Wie ist das? Hälfte. 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 Gott, ich hab meine Brugel, wo ist das Gelbe? Ja, genau so. Ich probier die Brugel wieder auf das Rote zu kriegen. Äh, jetzt muss ich das Gelbe noch einfahren. Danke. Ähm, das Blaue ist jetzt da. Oh, jetzt war ich runter, dann muss ich das Rote. Ähm, das ist gar nicht. Ähm, ja, fail muss ich schon ein bisschen. Äh, jetzt ist das Blaue unten. Warte, ich muss das Gelbe. Warte, geht das Versuch. Ich hab's nicht so richtig. Oh ja, das geht super. Okay, ich hab jetzt eigentlich nur das auf das Rote geschoben vor, das Gelbe, damit's nicht runterfliegt und... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Das Linder ist stark. Gelbe stark. Und Rot ist stark. Also was kann ich rumdrehen? Ähm, ich glaub das Gelbe. Ja. Oh mein Gott. Ähm, wo ist das da hoch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm, verändert sich. Muss eigentlich das drinnen. Wie schreibt sich die Kugel dann mit... Ah ja, klar. Er stelle die Kugel... Dann... Ähm, ja... Ähm... Ähm, so... Ähm, so... Ähm, das ist dann was... Ach, ne, ne. Ich ne, ich ne... Äh, krieg mir... Ähm... Ähm, ich ne, ich ne... Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Hat sich was bei ihm geändert? Ah, ja, da hat sich was geändert. Okay, 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 okay. Dann, 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 dann. Oh, ich bin zufällig, ganz... Ganz zufällig hier. Oh, okay. Oh, nein. Nein. Hallo, Kugel. Ich bin schneller. Hey, hab ich die jetzt beeinflusst? Oder war das da so? Geil. Geil. Wir müssen das Spiel machen. Nein, die rollt jetzt nicht, oder? Ach, komm, roll doch. Ja, doch. Ist das jetzt reingekommen? Das ist doch eine Glocke. Oh, willst du nicht rein? Ja, äh, hopp. Spannet. Geht doch nicht weiter. Da war jetzt ein Baum. Nee, nichts dafür. So. Ach, jetzt ist es cool. Ach, wie das geil aussieht mit den Lichtern da hinten. Ich will rote Hände haben. Oh, ich hab rote Hände. Schauen wir mal nicht solch raus. Ähm. Okay, das ist eigentlich wieder einfach. Das da rausziehen. Rausziehen. So, drauf springen. Ja, drauf springen. Und schon bin ich oben. Yay. Ja, wir haben es gehabt. Ja, wir haben es geschafft. Äh. Größer Raum. Oh. Bläst. Da oben ist nicht da. Ich will wieder nicht kommen. Es wird schon grauer. Außen wird schwarz wieder hinten. Oh, das ist schon geil gemacht. Hilfe, ich will hier aus dem Heeren raus raus. Nein, ich bin hier. Nein, 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 nein. Okay, jetzt ist es jetzt vergleichbar. Kann ich da sterben? Geil. Vielleicht ist er jetzt gar nicht noch drauf. Ja, wir spielen. Ich werde darauf hin. Ja, ich werde. Oke Gott. Nicht erbt. Geil. Mongology. Ja, ich werde. Geil. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, ich habe es nicht gekocht. Oh, jetzt checke ich es mal. Oh, ich bin nicht der Fall, ich muss nicht anwenden. Ja, ich bin nicht der Fall. Ah, ich muss jetzt checken es. Die Akiyao, also ich weiß nicht, dass ich die wieder anhalten kann. Aber es kann nicht dafür. Hä? Ah, äh, ähm. Oh, ich bin nicht der Fall. Okay. Ich bin nicht der Fall. Was ist das? Was ist das? Was ist das noch selber? Ich rühre zu wenig. Komm, und? Gehst du wieder zu? Ja, ähm... Oh, ich dachte, es ist einfach zu streuen. Bin ich jetzt zu dumm oder so? Bange. Ja, ich bin zu dumm. Ja, wie soll ich jetzt da raufkommen? So. Komm. Oh. Mann, ich stelle mich. Oh. 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 Ich werde fliegen. Ah. Oh. Tschüss. Ich werde fliegen. Ich werde fliegen. Oh. Ähm, ja. Eigentlich wäre es so weit. Das war's. Ich würde es nicht machen. Oh. Und das war's. Oh. Oh. Ich? Oh, schade. Das ist richtig cool. Schaut, ich hab dich schon geblendet. Nein! Jetzt nicht mal die Kussjagd. Ja. Jetzt bin ich aber gar nicht mehr. Ah, stopp! Das ist immer noch so, gell? Wunderfall. Ja, jetzt ist er wieder da. Cast. Cache. Lampire. Wunderfall. Ich bin hier in Bayern und ich bin hier in Bayern. Nicht. Vielleicht schon. Äh. Wie soll ich jetzt da einfach hochfliegen? Wunderfall. Wunderfall. Wo denn? Nein. Wie soll ich nicht? Hm. Schau. Warum druckt das vielleicht ein bisschen nach rechts? Weil der Strahl ist ja eigentlich... Ach nein, das geht ja mittlerweile nicht. Äh, ich mag das nicht. Ja. Ja. Wunderfall. Nene. 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 Noene. Oh, dreck. Na, die was ich nicht du. So Nazธ. Ich hab dich was mit dem, was ich nicht sieh. Wunderfall. Nene. Ok, seid ihr schon geklappt? Ok, das war jetzt ein bisschen Arbeit Oh, komm, ich kann noch mal Gleich, oder wir zappen nur nicht so weit rein zu Vielleicht ist das das stimmste, was ich jetzt machen könnte Oh, du lagst dich auf Fall runter! Ich will fliegen Fliegen Ich kann fliegen Oh, ich will mich gegen die Decke tratschen Oh Hä, was passiert, wenn er auf mich drauf fällt? Hm Hm, okay Ich kann durch Blöcke durch Das könnt ihr nicht, gell? Oh, ich bin dran Ah, der Raum dauert jetzt schon länger, ist schon schwieriger Finde ich aber gut geworden Gut, links da Bums da Da Na, ok Ich muss noch einen Titel für dich Links überlegen Dunkle Blöcke Ok, jetzt hab ich leider mal Ok Äh, was müssen wir hier machen? Schau, schau, hier Mach ich schau Ok, erstmal bin ich das Stopp, 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 stopp Uah Ich weiß Ich muss mal bei den Ich bin freue No Nein Woah So, jetzt muss ich das aufschauen. Hält das schon? Nein, natürlich nicht. Aber wenn ich das jetzt ganz kurz drauf drücke, war er schon fast... Ah, ne, passt, er ist schon fast auf dem dritten, okay. Dann zieh, zieh, zieh. Ähm, ja. Ähm, um, 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 um. So, ich muss da drauf drücken. Und da drauf drücken. Und dann zieh ich da, bis sie am Block hängen. Hängst du auch am Block? Oh, das ist ja nett. Dann runterfahren, runterfahren. Ich hab mal ne Frage, was findet ihr eigentlich vom neuen YouTube-Kanal? Soll ich euch jetzt ahnen, wieviel denn wer ist? Mittags morgen? Oder später? Weiß ich grad gar nicht, wann... Wie findet ihr das? Weil das wird ja geliest. Und, äh, ja. Wie findet ihr denn gar nicht das Ganze? Also, ich find's jetzt eher nicht so... ...branchend. Weil, die Kanal-Kommentare sind... ...nicht mehr so an einer guten Stelle. ...nicht mehr so an einer guten Stelle. Äh, ich hab'n Problem. Ah ne, ich hab'n doch kein Problem. Ich verstehe mich. Ah! Ah, der ist am Block. So. So. Ähm. Ja, ich find's wirklich nicht gut. Weil... ...das ist viel zu... ...nicht so da. Muss ich auch noch fürs Hochkommen was machen. Das ist jetzt... ...stopp. Ah, stopp. Äh. Warte, 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 warte. Hm. Jetzt hab' ich was gemacht. So. So. Ja. Was haltet ihr eigentlich so allgemein von... Ich glaub, ein Jäger-Ding oder was? Ja, geil. Was haltet ihr... Aber man fragt, was haltet ihr für einen neuen Kanal-Design? Ja, ich find's nicht gut, weil... ...vom Design finde ich's schon besser. Vom Design gefällt's mir viel besser. Aber... ...ja, guck mal, hier geht das so... ...das Ganze... ...das Ganze... ...mit so... ...so... ...scheiße... ...das Ganze mit, ähm, mit dem... ...äh... ...Kanal-Kommentare sind viel versteckter als da vorn. Und vorher... ...was ich mir vorstellen kann... ...was für die... ...ähm... ...für die... ...Dingsblödes für die... ...äh... ...Partner... ...weil diese Funktion davor hatte... ...konnte man ja so Bilder drauf machen und so was. ...das gibt's jetzt alles gar nicht mehr richtig in der Form. Und da kann ich mir vorstellen, dass ich das ganz schön blöd fühlen kann. Nein! Nein, 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 nein! ...ah... ...i... ...ich... ...i... ...ih... ...he ich mir miskegau'n? ...Ach, komm... ...nein! ...um fallt ihr runter! ...i... ...es blöd! Ich mag es nicht, also ich find's nicht gut, vielleicht jetzt von meiner Meinung verstanden, wenn ich endlich den Kack schaffen würde und da hochkomme, ich will doch nur hochkommen. Aber mir war's noch nicht schwer, was so viel zu tun, vor allem in Minecraft kann ich immer gut reagieren, wie gesagt, so halten kann man schon oft.